hey ho leute wir machen heute schon wieder ein top video bzw morgen heute erst die vorarbeiten ich bin durch ein anderes video von einem kollegen so richtig angeheizt worden was zu machen und zwar war das vom thomas barbecue aus baden der hat einen mit ich habe es noch offen einen metaxa topf gemacht ja und nicht genau dasselbe zu machen mache ich heute ein heute und morgen ein metaxa gulasch freie schnauze wie ich immer so gern mache und ich lege einfach mal los hier drüben da hätten wir schon so ziemlich alles ein kilo rinder und schweinegulasch gemischt die zwei gehören nicht dazu das ist irgendwas mit abendessen heute noch knoblauch den geräucherten wieder zwei zwiebeln metaxa und etwas sonnenblumenöl ja mit dem gewürz wird jetzt für euch etwas schwieriger ich habe beziehungsweise wir haben hier mal wieder so ein grillboss gewürz rausgezogen ich habe gerade im internet nachgeschaut irgendwie existiert die seite nicht mehr ob man es noch bekommt ich habe keine ahnung aber ich habe es da ich verwende es ganz einfach jetzt mal wieder ja und jetzt schneide ich zuerst einmal noch die zwiebeln und den knoblauch die zwiebeln eben einmal bloß durch und dann einfach relativ dünn so runterschneiden und den knoblauch einfach klein hacken danach zwiebeln und knoblauch klein dann können wir hier jetzt mit dem fleisch weitermachen und zwar träufeln wir da jetzt oder schütten wir erst einmal ein kleines schluck sonnenblumenöl drüber ein ordentliches schluck metaxa ja und dann nehmen wir schon unser gewürz in dem fall müsst ihr natürlich ein anderes gewürz nehmen eurer wahl oder selber würzen wer selber würzen möchte empfehle ich dann eben das video vom thomas barbecue aus baden der hat da auch eine recht schöne gewürzmischung selber gemacht man könnte jetzt natürlich auch den one for all vom klaus nehmen den hauswap vom peter von der grillshow und rab vom beef party oder 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 also wie gesagt rab mäßig muss jeder für sich selber entscheiden geruchsprobe vollkommen gelungen geglückt ja und dann mischen wir unsere zwiebeln und unser knoblauch da einfach mit noch mal ordentlich durchkneten deckel drauf ja und dann wandert das ding hier jetzt noch bis morgen im kühlschrank über nacht da kann das noch mal so richtig durchziehen und morgen kommt es dann im topf sehen wir uns aber hier noch mal kurz herin restliche zutaten schneiden schnippeln bevor man dann endgültig rausgehen so aber jetzt wollte ich noch was loswerden mir muss jetzt keiner mehr belehren zusatzstoffe riesel hilfen etc pp das haben wir damals alles zur genüge gehabt ich wollte dieses gewürz nehmen mein schatz wollte dieses gewürz nehmen also nehmen wir es punkt aus fertig basta amen und das wird mit sicherheit wieder saulecker werden ok leute für euch die nächste szene für mich morgen ja leute es geht weiter mit unserem video der wetterbericht hat gelogen und deswegen gibt es jetzt halt doch nur ein indoor video ist aber nicht so schlimm ich hätte den topf eh nur von unten befeuert gut wäre lustig gewesen mit dem raketenofen wieder aber hilft ja nichts ja schauen wir rüber was wir noch an zutaten haben steht glaube ich alles da und ja wieder mal dann über doch da haben wir schon alles hier liegt nur der deckel vom fd 4 1 4,5 doch selber ist schon auf dem herd und heizt auf dann haben wir ein schwand noch mal weiß was noch mal brauchen mit taxa wird man mit sicherheit noch mal brauchen ein bisschen der brühe rest an wasser drei paprikas schön bunt pilze und natürlich unser eingelegtes fleisch mit zwiebeln und knoblauch und die hat den richter hat bestanden ja und das werden wir uns jetzt stück für stück anbraten schauen wir mal wie viel auf einmal und ob ich es dann noch mal ganz kurz heraus holt für die nächste portion ja gehen wir rüber legen wir los das geht schnell der raucht ja jetzt schon da tun wir ein bisschen der öl doch noch rein sicher ist sicher ich hole auch gleich noch eine zweite schüssel das habe ich schon wieder so flieg wie hier und direkt erwischt tun wir hier gleich einmal die erste ladung rein naja machen wir genau die hälfte antraten und dann noch mal kurz raus zweite hälfte antraten das hier dann wieder mit hinein ja und jetzt muss ich die lüftung hier anmachen wenn genug angebraten ähm naja auf dem display sieht nicht so geil aus wie es in echt aussieht dann können wir es raus wuchten und die nächste ladung hinein boah geil umart zweite ladung und in der zwischenzeit bin ich schon am paprikaschneiden und dann pilze schneiden ja Freunde bevor uns das jetzt hier noch alles komplett ansetzt kommt schon mal unsere Brühe hinzu ja und noch einmal mit Wasser der Ofen ist runtergeschaltet beziehungsweise der Herd muss ich dann erstmal wieder einregeln man könnte den Topf natürlich nachher auch noch im ja jetzt aus erst einmal man könnte den Topf natürlich auch noch im Packofen reinstellen bei ja 160 bis 180 Grad aber ich denke das reicht vollkommen wenn die Hitze von unten kommt dieses mal haue ich extra nicht zu viel Flüssigkeit rein sonst heißt es wieder ich mache Gulaschsuppe hier sieht man zum Beispiel auch wieder schön die Röstaromen wunderbar jawohl so bisschen hochschalten wieder und dann lassen wir das jetzt erst einmal so für eine gute halbe stunde vor sich hin köcheln bevor wir dann Pilze und Paprika hinzu tun also während wir das jetzt vor sich hin brodeln lassen habe ich jetzt hier noch alles zurecht geschnitten die Paprika nur in so Streifen Leute die gelbe Paprika ist immer noch die beste und die Pilze habe ich bloß immer in also zweimal durchgeschnitten in drei Stücke dass sie nicht zu klein werden das kommt aber erst nachher mit hinzu genauso wie der Schmand und dann eventuell noch ein bisschen mit Haxa mit Sicherheit gut aber jetzt vor sich hin köcheln lassen halbe Stunde wie gesagt so jetzt haben wir ja knappe Stunde vorbei äh ich habe immer von einer halben Stunde geredet ich habe eigentlich eine Stunde gemeint aber naja ist ja nicht so schlimm boah Leute das riecht so lecker jetzt hauen wir unsere Champignons und unsere Paprika mit rein und dann lassen wir es erst einmal noch ja nochmal eine viertel halbe Stunde durchziehen und danach kommt dann noch der Schmand hinzu und noch ein bisschen von dem mit Haxa möchtest du das jetzt nach einer halben Stunde totkochen? weniger Schatz und dann guckst du bis die Paprika tot sind nein totkochen will ich es nicht aber ein bisschen durch soll es schon sein wie weit ist das Fleisch? das Fleisch ist soweit schon eigentlich recht gut das habe ich gerade schon probiert gib mal eine Garmel nein du musst jetzt warten also wir probieren so in einer viertel Stunde das ist aber laut so in einer viertel Stunde nochmal schauen wir einfach nochmal rein in den Topf wie es ausschaut Deckel drauf circa eine viertel Stunde und dann geht es weiter mein Sack macht den bei Kartoffeln geil nomad darf ich dir helfen? darf ich dir helfen? ja und so wird das ganze noch von oben befeuert auch mal interessant oder Leute? es wäre soweit wir haben unseren Schmand noch mit hinzu das sieht schon richtig gut aus na irgendwo habe ich doch noch ein Löffelchen gehabt bevor wir hier wieder ewig lang rum tun und noch einen ordentlichen Schluck mit Daxa das reicht auf alle Fälle ich habe mir vorher schon überlegt ob ich es noch ein bisschen eindicken soll ich habe mich dagegen entschieden lass mal so wohl so ein bisschen eindicken mit einer Meilschwitze wäre vielleicht nicht unbedingt verkehrt ja komm ich habe mich gerade wieder umentschieden und mach schnell eine kleine Meilschwitze äh Meilschwitze war richtig oder nennt man das anders? egal bisschen Mehl in Wasser und naja gib ihm ja Freunde dann noch mal leicht aufköcheln lassen schalten wir mal nochmal ganz kurz hoch und dann sind wir auch schon fertig ja sehr lecker sehr lecker sehr lecker ja Leute ich lasse es jetzt noch die zwei, drei, fünf Minuten stehen bis die Kartoffeln fertig sind und im nächsten Schritt sehen wir uns dann schon am Tisch beim probieren nachdem ihr den Teller noch gesehen habt selbstverständlich Kartoffeln und jawoll dann würde ich mal sagen ab auf den Teller ab in den Hals tja Leute ich kann bloß auch sagen guten Appetit bockelei bockelei ist natürlich wieder erstmal bloß Pilz mit Paprika Fleisch ja Moment bevor man die Cam aus der Hand rutscht ja schmeckt auf alle Fälle sehr lecker nach dem Essen Fazit so Freunde dann spreche ich gleich sofort mein Fazit solange ich noch diesen geilen Geschmack auf der Zunge habe es war sowas von lecker der Metaxa Geschmack kam wunderbar durch was ich auch hier jetzt genial fand die Champignons nicht zu klein schneiden etwas größer ziemlich zum Schluss mit hinzu dass sie nicht so verkochen genial Fleisch wunderbar zart einfach nur einfach nur genial genial lecker Johannes möchtest du auch noch was dazu sagen kommst drüber kommst hinter mich wenigstens einer wo aufsteht na ich bin ja noch jung also ich muss auch sagen das Essen war sehr bombe am liebsten würde ich den ganzen Topf mit der Soße so auslöffeln ähm ja kann ich nur empfehle mich anschließend den Worten von Michael war bombe ja wunderbar wunderbar Schatzi hast du uns auch noch ein paar Worte Perfekt Perfekt ok ja mehr brauchen wir dazu nicht sagen einfach nur lecker Leute nachmachen ausprobieren wie gesagt vom Gewürz her müsst ihr halt eine Alternative nehmen dieses Gewürz gibt es nicht mehr ja mei äh ja Alternative eben beim Thomas vom BBQ aus Baden äh diese Gewürzmischung nachmachen ähm wenn er den auf sein Video das verlinke ich unten noch noch ein paar Daumen da lässt oder so dann würde ich mich wahrscheinlich sehr freuen weil das verklickert dann ja und ansonsten wir sehen uns wir sehen uns im nächsten Video ciao Leute mir fallen im Nachhinein immer noch so viele Sachen ein was ich noch sagen wollte und heute mache ich einfach nochmal Nachtrag man hätte das ganze natürlich auch mit Björn aufpassen Salz, Pfeffer, Paprika würzen können hätte rein theoretisch auch komplett ausgereicht ähm ja das war das eine da hinten steht übrigens der Topf gespült schon auf dem Ofen dass er trocknet danach wird er geölt ja und das andere was war jetzt das andere ja die Kochzeit ähm erste Runde also nach dem Anbraten Fleisch drauf Stunde Stunde zwanzig in etwa man kann auch eineinhalb Stunden machen gar kein Thema ähm dann die Paprika und die Pilze mit rein ja nochmal so zwanzig dreißig Minuten und zum Schluss eben noch ein bisschen was vom Metaxer und den Schmand rein dann einfach noch ein paar Minuten äh Minuten Minuten vor sich hinköcheln lassen ja fertig ich hoffe ich habe dieses Mal wirklich alles gesagt wenn nicht unten drunter einfach Frage stellen dann kann ich antworten und ansonsten würde ich mich natürlich noch über ein Däumchen freuen das habe ich vorher auch vergessen ja und Abos sowieso ja Leute in diesem Sinne bin ich jetzt endgültig raus und kann die Kamera lernen Czajkowski r grup r r r r r r r r r Okay.